So, meine Freunde, moin zusammen, grüße euch zu diesem Video. Danke sehr, herzlich willkommen, wir legen direkt los. Freedom Day. Freedom Day ist das Stichwort. Es gibt ja schon zahlreiche Länder, wo dieser Freedom Day stattgefunden hat. Und diese Perversion muss man sich erstmal überlegen. Es wird ein Tag genannt, einfach willkürlich gewählt. Da ist dann wieder die Freiheit willkommen. Dann bekommen wir hier unsere Grundrechte. Also wir Deutschen jetzt nicht, meine andere Länder. Bekommen wir dann wieder zurück. Und dann ist wieder alles eitel Sonnenschein. So ein bisschen. Zumindest sieht es in verschiedenen anderen Ländern so aus. Und so beispielsweise auch in Dänemark. Und so sagt nämlich jetzt hier der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, Zitat, Was die Dänen können, müssen wir auch können. Und er zählt darauf ab, dass nämlich die Dänen im letzten Monat, vor über einem Monat, am 10. September, bereits alle Maßnahmen gestoppt haben, dass die Infektionszahlen und auch die Todesrate dort nicht signifikant gestiegen ist innerhalb dieser Zeit. Jetzt quasi vier Wochen, also über einen Monat. Und dass man das doch jetzt in Deutschland bitte auch mal machen soll. Weil über die Punkt-Punkt-Punkt-Quote haben wir ja auch schon berichtet, dass die in Deutschland nicht ganz richtig berechnet wurde. Da wurden ja 3,5 Millionen Personen vom RKI nicht erfasst, die auch schon die zweite Punkt-Punkt-Punkt-Intus haben. Also dementsprechend, warum wird das Ganze noch nicht mal offen diskutiert? Es wird nicht richtig darüber gesprochen und sonst was. Das ist jetzt das Erste, was hier ist, was der Herr Gassen mal rausbringt als Forderung. Das ist vielleicht ein Weg in die richtige Richtung. Ich hoffe, dass sich dadurch auch was tun wird, dass das natürlich bei den richtigen Stellen auch ankommt. Aber so richtig glauben tue ich noch nicht dran. Was meint ihr? Brauchen wir diesen Day? Brauchen wir ihn nicht? Weil, denkt dran, wir befinden uns immer noch im Lockdown. Das hat keiner mehr richtig auf dem Schirm. Ich werde nicht müde, es aber wieder zu erzählen mit einem leichten Grinsen auf den Lippen. Das ist der Lockdown, der gemacht wurde aus dem Lockdown-Light, der verlängert wurde, damit wir alle gemeinsam Weihnachten feiern können, Pobacken zusammenkneifen. Richtig, wir haben jetzt fast Mitte Oktober. Das heißt, wir befinden uns hier seit 10, 11 Monaten im Lockdown. Interessiert aber irgendwie keinen mehr. Schreibt mir eure Meinung unten rein. Von an der Stelle darf ich euch hier nochmal NRW Live vorstellen. Vitalstoffkonzentrat hat innerhalb von einem Pulver die Möglichkeit, euch Vitamin C, alle B-Vitamine, Vitamin D3, Vitamin K2 und natürlich auch Magnesium zu liefern. Einfach auflösen hier in einem schönen Glas Wasser. Schöner, orangiger Geschmack, sehr lecker. Auf die Erstbestellung gibt es 10% Rabatt über meinen Gutscheincode. Unterhalb des Videos alles verlinkt. Jetzt machen wir weiter. Danke, dass ich sowas hier auch mal platzieren darf. Als nächstes dominieren heute zahlreiche Nachrichten und Berichterstattungen die Partei CDU ganz konkret. Denn wir wissen ja, dieses Trümmerfeld, was Merkel hinterlassen hat, was so ein bisschen aktuell untergeht, wie ich finde. Es wird alles irgendwie Armin Laschet in die Schuhe geschoben. Aber der Mann hat halt jetzt hier seit Januar des Jahres den Parteivorsitz. Aber 16 Jahre von Merkel sind ja nicht spurlos irgendwie vorbeigegangen. Klar, da war natürlich auch noch eine AKK dazwischen als Parteivorsitzende. Nichtsdestotrotz, meiner Meinung nach, und ich denke, ihr werdet mich bestätigen, schreibt es mal gerne in die Kommentare, diesen Linksruck, den die CDU erfahren hat, den hat sie durch Merkel bekommen. Die Partei war jederzeit, gänzlich, die Jahre zuvor immer anders aufgestellt. Und jetzt kommen hier so Kandidaten um die Ecke. Wir haben gestern gerade im Livestream darüber gesprochen, dass der Herr Wolfgang Schäuble nächstes Jahr hat er Jubiläum. Er ist dann 50 Jahre im Deutschen Bundestag. Seit 1972 sitzt er dort. Was möchte dieser Mann dort? Ganz ehrlich. Man kann auch ohne ihn weitermachen. Aber das ist so, diese Altersrenitent merkt man ja auch bei verschiedenen Selbstständigen, die dann irgendwie eine Firma über Jahrzehnte aufgebaut haben und dann Angst haben, das an die nächste Generation zu übergeben, weil sie denken, ohne sie läuft der Laden einfach nicht mehr. Aber das ist in der Realität oftmals anders. So, und dementsprechend, jetzt äußert sich hier ein Kretschmann, äh, sorry, Kretschmer, Michael Kretschmer. Und er sagt unter anderem, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer fordert die Basis in die Entscheidung über die personelle Neuaufstellung der Parteispitze einzubinden. Oder auch der Ministerpräsident vom Saarland, Tobias Hans, wünscht sich einen neuen Sound für sich entwickelt in der CDU. Wahnsinns ausdrucksweise. Der Herr Kretschmer sagt hier weiterhin auch noch, aber niemand soll den Eindruck erwecken, als könnte man die Parteibasis beiseite schieben. Ja, sorry, aber das wird doch seit Jahren so gemacht. Das wird doch seit Jahren so gemacht. Oder warum ist der Herr Merz nicht Bundestags-, äh, sorry, Bundeskanzlerkandidat geworden, sondern Laschet? Die Parteibasis hat sich was komplett anderes gewünscht. Aber offensichtlich war das ja nicht genehm, der Frau Merkel oder wem auch immer. Und in den Kommentaren liest man dazu auch zahlreiche Bestätigungen. Hier zum Beispiel heißt es von Thor S. Ja klar, hat man bei der Krönung von Wanderwitz zum Listenplatz 1 in Sachsen gesehen. Oder bei der Wahl von Laschet im Stadtmärz. Oder hier auch von Tobias Kahr. 80% des Parteivorstandes würden sich bei einer Urwahl irgendwo im Nirgendwo wiederfinden. Daher wird man schon Wege finden, dies zu verhindern. Nicht wenige, das schreibt der Leser C-Punkt, nicht wenigen CDU-Mitgliedern ist inzwischen bewusst, dass sie für die Partei keinerlei Rolle spielen. Es ist unwichtig, ob sie da sind oder nicht. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wirklich. Denn die CDU hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch mehr Mitglieder als die SPD. 400.000 Mitglieder. Und diese Mitglieder haben keinerlei Einfluss darauf, wie genau und wer genau in verschiedenen Positionen dieser Partei unterwegs ist. Da frage ich mich, warum sind die Leute so drauf und sagen, ja, dann unterstütze ich auch finanziell natürlich diese Partei, in der Hoffnung, dass sie irgendwie meine Interessen vertreten. Aber das können sie ja häufig einfach gar nicht, wenn eben diese falschen Kandidaten, die definitiv die schlechtere Wahl sind, weil es gibt ja ganz gute Kandidaten in der Partei. Aber in diese Positionen gar nicht erst reinkommen. Als nächstes haben wir eine Nachricht über die Alternative für Deutschland. Und so heißt es in der Welt, Zitat, Jörg Meuthen tritt im Dezember nicht mehr als AfD-Vorsitzender an. Nach sechseinhalb Jahren an der Spitze der AfD tritt Jörg Meuthen nicht mehr erneut an. Zitat, das ist eine persönliche Entscheidung, kommentiert. Er kommentiert sein Co-Vorsitzender Chrupalla. Die Entscheidung in der AfD rechnet man nun mit einer Kandidatur von Alice Weidel. Das ist insofern interessant, weil jetzt sagen natürlich einige, der Herr Meuthen war so, ich sag mal, die neutralere Stimme. Und jetzt, dass so die Rechtsaußenkante in dieser Partei deutlich mehr Fuß fassen wird. Und man hat das ja auch schon gemerkt, dass der Herr Meuthen, ich glaube 2017 war es ja, in das EU-Parlament gewechselt ist, wo er ja auch aktuell noch sitzt. Und man sagt so, ja, er fühlt sich da sehr, sehr wohl. Es geht ihm da ganz gut, nicht mehr im Bundestag, sondern in der EU und so weiter. Und hat sich ja bei dem einen oder anderen Mainstream-Medium auch so ein bisschen versucht, anders darzustellen, alles drum und dran. Man kann das auf beiden Seiten sehen. Da bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Weil klar, einerseits wird natürlich das den rechten Flügel in der Partei jetzt stark stärken, definitiv. Auf der anderen Seite, und deswegen habe ich diese beiden Themen mit reingenommen, haben wir ja nur jetzt die CDU. Was wird jetzt passieren? Werden jetzt deutlich härtere Forderungen von der AfD kommen? Wird sie deutlich weiter sich nach rechts entwickeln? Und werden einige Leute dann sagen, nee, die kann ich auf gar keinen Fall wählen, so wie es manche ja jetzt schon tun, dann noch extremer. Und wird dann auf der anderen Seite eine Erneuerung bei der CDU stattfinden? Sodass man sagt, ja, die CDU ist jetzt wieder bei alten, konservativen Werten wie vor 20 Jahren. Sodass man sagt, ja, auch mit diesem neuen personellen Umsprung, der da stattgefunden hat im Jahr 2021, 2022, die kann man jetzt wieder wählen. Ganz, ganz interessante Frage. Das liegt natürlich jetzt wirklich ganz klar an der CDU, wie sie sich in den nächsten Wochen und Monaten verhalten und aufstellen wird. Sie haben jetzt wirklich nach Merkel die historische Chance, hier grundlegend was zu verändern. Und da sagt mir doch mal einer von euch oder auch sonst wo, Wahlen würden nichts bringen und Wahlen werden alle hier, was weiß ich, schon vorher im Vorhinein alles geregelt und so weiter und so fort. Guckt es euch doch mal an, was hier gerade passiert, was hier gerade abgeht. Es ist so viel am Laufen und am Tun. Wenn das doch alles gewollt wäre und alles abgekartet wäre, dann würde man es sich doch viel leichter machen. Oder sehe ich das falsch? Schreibt mal eure Meinung auch dazu gern unten rein. Und auch bei den Grünen geht es rund. Bei den Grünen heißt es nämlich jetzt hier auch in der Welt, Zitat, es gibt mindestens eine Person, die gegen Boris Palmer antreten will. Und hier geht es um niemand Geringeren als den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer von den Grünen. Und ich bin kein großer Fan von ihm. Mit Enteignungen und dann auch mit Parkgebühren, die jetzt hier, wie viel waren es, wurden sie verachtfacht, verzehnfacht, was weiß ich, oder dann noch nur in Anführungsstrichen am Ende versechsfacht. Irgendwie von 30 Euro im Jahr auf 180. Ich habe den Betrag nicht mehr genau im Kopf. Im Olli-Reddit-Kanal hatte ich ja dazu ein Video gemacht. Aber auf jeden Fall so exorbitant erhöht. Also ganz, ganz kuriose Ideen und Vorstellungen, die dort herrschen und abgehen. Nichtsdestotrotz, die Grünen möchten ihn ja loswerden. So ist es ja ganz klar. Und so heißt es nämlich jetzt hier. Boris Palmer will sich noch nicht festlegen, ob er im Herbst 2022 nach zwei Amtszeiten erneut die Wahl des Tübinger Oberbürgermeisters antreten will. Unabhängig davon sucht eine seine noch in Klammern Partei. Die Grünen nach Alternativkandidaten mindestens einen soll es bereits geben. Ja, also das Parteiausschlussverfahren und alles so drum und dran. Er ist einfach zu realistisch, der Mann. Er ist, er poltert halt. Er haut ein bisschen drauf und alles drum und dran. Und geht halt andere Wege, als die Grünen das gerne machen. Und dementsprechend, es ist halt wieder so, du fällst raus aus diesem Muster, ewig grün und sonst was. Und schon sollst du mundtot gemacht werden, rausgeschmissen werden, irgendwas anderes. Und da bin ich absolut kein Freund von. Im Gegenteil, ihr wisst das ja selber. Ich bin ja auch eher ein sehr, sehr kritisch denkender Mensch, der seine Meinung dann auch offen kundtut, wie ich das in diesem Video hier beispielsweise mache. Und das ist auch gut so. Davon lebt Demokratie und das ist das Wichtigste, was wir hier in diesem Land haben, wie ich finde. Aber schreibt eure Meinung gerne unten rein. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Daumen hoch fürs Video. Abonniere nicht vergessen. Alles blieb scheiße. Bis zum nächsten und ciao. Bis zum nächsten Mal.